Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass doch nicht ganz die 300, die angemeldet waren, hier erschienen sind, aber so 150, die Hälfte ist schon mal da. Und das ist auch gut, dass das Interesse so groß ist, trotz eines Samstages. Und das ist ja der Advent- und Einkaufszeit. Das finde ich toll, dass so viele hier erscheinen und sich dann für die Themen interessieren. Wir sind übrigens der erste Landesverband in Deutschland, der so eine Veranstaltung durchführt. Die anderen kommen auch nach und nach über Themen zu diskutieren. Das hat ja bisher auch gefehlt, aber über Themen zu diskutieren heißt natürlich auch, dass es vielleicht dann Streitereien über Details gibt, wie das so heißt. Der Teufel steckt im Detail. Und da werden wir sicherlich das ein oder andere Streitgespräch auch haben. Das ist aber eine Streitkultur, die gesund ist, solange sie fair und konstruktiv ausgetragen wird. Vielleicht ist das gesund und normal und in jeder Partei und hier sowieso. Denn wir müssen ja ein Parteiprogramm erst noch entwickeln. Heute ist wirklich ein interessanter Tag. Und ich möchte den Herrn Professor Henkel herzlich willkommen heißen in unserer Runde. Er wird die große Rede hier halten über Europa. Das zeigt, dass Sie ihn alle kennen, dass Sie sich freuen und wir freuen uns auch auf seine Rede. Und das ist ja immer interessant, das live zu erleben und nicht nur in einer Talkshow oder im Fernsehen oder so. Ja, viel Spaß. Trotz des Samstags. Keine Einkäufe, aber interessante Themen. Vielen Dank, Herr Brinker, für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe mich auch gefreut, bei dieser Gelegenheit Herrn Frömming kennenzulernen. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Der Herr Frömming war nämlich der Lieblingslehrer meines jüngsten Sohns in Baden-Württemberg. Und als Herr Frömming mir am Telefon erzählte, dass er meinen Jüngsten kennt aus Salem und ich das meinem Sohn Oliver mitteilte, sagte er, Mensch, das war so ein geiler Lehrer. Der war, normalerweise benutzt er solche Ausdrücke nicht, aber ich glaube, man kann dieses Kompliment meines Jüngsten an Sie hier gleich weitergeben. Und wenn wir solch pädagogische Kompetenz in der Partei in Berlin haben, umso besser. Ja, meine Damen und Herren, ich wollte mit Ihnen gern heute über Europa sprechen. Ich glaube, das ist für Sie auch ganz besonders wichtig, denn nach diesem knapp verpassten Einzug in den Deutschen Bundestag hat jetzt die AfD die tolle Chance, mit einigen Personen in das Europäische Parlament zu kommen. Ich persönlich nehme an, dass die Chance sehr, sehr gut ist und will Ihnen vorneweg gleich mal sagen, warum. Warum? Erstens gab es doch eine Reihe von Menschen, die sich nicht sicher waren, als sie zur Bundestagswahl gingen, ob sie für die AfD stimmen sollten oder nicht. Denn die Vorhersagen haben ja immer so bei 4% gelegen und viele Leute dachten, naja, dann ist meine Stimme verschwendet. Also gebe ich sie der AfD nicht. Dieses Mal wird dieses Problem nicht auftauchen. Sie alle wissen, dass diese Partei sowieso nur 3% braucht, um reinzukommen. Und die Umfragen stehen ja weit drüber, auf jeden Fall auch vor der FDP. Also hier haben Sie mal einen Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass die AfD besser abschneiden wird. Der zweite Grund ist so ein bisschen defensiv, aber den lassen Sie mich auch ganz offen ansprechen. Es gibt immer noch eine Reihe von Deutschen, die unbedingt unter dem Rock von Mutti bleiben wollen. Und irgendwie haben die das Gefühl gehabt, also das macht zwar alles nicht so richtig Stimmen mit dem Euro, aber das ist irgendwie eine sichere Bank. Diese Leute werden das Risiko diesmal nicht haben. Denn man kann ja für die AfD stimmen und trotzdem bleibt denen die Frau Merkel erhalten. Also das spricht zwar nicht unbedingt für die Attraktivität des Programms der AfD, ich wollte Ihnen nur sagen, es spricht für die Chancen dieser Partei. Und das Dritte, und das ist für mich der Hauptgrund, und darum geht es auch in meinem kleinen Beitrag hier heute, das Dritte ist, dass die AfD die einzige Partei in Deutschland ist, die einzige Partei, die Europa irgendwie thematisiert hat. Keine andere Partei hat irgendein europäisches Profil. Und das gilt es jetzt wirklich in Stimmen umzusetzen. Und ich werde alles tun, meine Damen und Herren, um dieser Partei dabei zu helfen. Und wenn Sie meinen Beitrag vielleicht so ein bisschen als Argumentationshilfe für sich selbst verstehen wollen, vielleicht auch als Argumentationshilfe für die europapolitische Position der Berliner Landesvereinigung. Ich weiß, Sie haben schon eine, ich habe sie gelesen vorhin. Ich finde sie gut, das eine oder andere würde ich gerne noch vielleicht verbessern wollen, aber das werden Sie in diesem Referat hören. Ja, darum geht es. Lassen Sie mich mal anfangen mit einer Beschreibung über das, was gerade so in Europa läuft. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Sie haben auf der einen Seite Hunderttausende, wenn nicht Millionen Ukrainer, die in Kiew und anderswo in der Ukraine demonstrieren, um ihren korrupten Staatspräsidenten davon abzukriegen, sich weiter mit dem lupenreinen Demokraten in Moskau zu verbünden. Sie wollen nach Europa, nicht? Und das wird auch verbunden mit so eigentlich ganz überzeugenden Typen wie dem Vitali Klitschko oder war es Wladimir, ich weiß es jetzt auch nicht. Wladimir war es. Ja, okay, gut. Also das ist ein interessantes Phänomen, was wir nicht ausblenden sollten. Europa ist offensichtlich attraktiv für viele Menschen und die EU ist attraktiv für viele Menschen. Auf der anderen Seite haben wir ein anderes Phänomen. Wir haben in Großbritannien zum ersten Mal die Gefahr, möchte ich mal sagen, dass die Briten, die ja demnächst aufgefordert werden, über den Verbleib in der Europäischen Union abzustimmen, Europa verlassen. Ich persönlich würde das sehr, sehr bedauern. Übrigens selbst, ich weiß ja, dass es in Deutschland immer gerne Leute gibt, die mit Großbritannien nichts anfangen können. Ich bin da anderer Meinung. Aber selbst wenn Sie der Meinung sind, Ihnen ist das egal, darf ich daran erinnern, dass Großbritannien immer in der EU und in Brüssel eine Stimme für Vernunft, für gesunden Menschenverstand, für Freiheit, für Wettbewerb, für Subsidiarität war und eben nicht für Zentralismus, für Harmonisierung, Gleichmacherei und so weiter. Und das Zweite, trotz des erheblichen Rabatts, den damals Frau Margaret Thatcher ausgehandelt hat, darf ich daran erinnern, dass Großbritannien immer noch der zweitgrößte Nettobeitragszahler ist. Und raten Sie mal, wer den Beitrag dann übernimmt, wenn die aussteigen. Das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen. Also Sie haben hier zwei völlig unterschiedliche Bewegungen. Eine Bewegung, die wollen rein, und die andere Bewegung, die wollen raus. Jetzt gebe ich Ihnen noch zwei Beispiele. Sie alle wissen inzwischen, dass Griechenland nur unter Verletzung des Maastricht-Vertrages damals in den Europäischen Währungsverbund aufgenommen wurde. Vielleicht kann ich zu meiner eigenen Ehrenrettung, Sie wissen wahrscheinlich, dass ich damals für den Euro war, sagen, dass ich damals öffentlich gegen die Aufnahme Griechenlands als BDI-Präsident noch protestierte. Ich bekam dann seltsame Reaktionen, zum Beispiel von Herrn Eichel, dem damaligen Finanzminister, aber Herr Henkel, das sind doch nur zwei bis drei Prozent des gesamten Volumens, die machen doch nichts aus. Und Gerhard Schröder hat mir vorgeworfen, dass ich von Politik gar nichts verstehe, denn die Wiege der Demokratie muss doch am Anfang an gleich dabei sein. Nun, ich wusste nicht, dass die Daten aufgrund derer der Eintritt Griechenlands in den Euro erfeuchte, dass die Daten gefälscht waren. Aber selbst aufgrund der offiziell vorgelegten Daten hätte die Aufnahme nicht erfolgen dürfen. Mit anderen Worten, ich wusste nicht, dass die Griechen Türken können. Aber was ich damit sagen will, ist, Griechenland ist aufgrund einer Vertragsverletzung damals in den Euroverbund aufgenommen worden. Und jetzt lenke ich Ihre Aufmerksamkeit mal auf ein anderes Land im Norden Europas, auf Schweden. Schweden ist, wie Sie wissen, nicht im Euro. Ich bin damals 1998 von meinem Industriekollegen in Schweden gebeten worden, nach Stockholm zu kommen, um ihm zu helfen, für den Euro in Schweden zu werben. Ich habe das gemacht. Mir war damals klar, dass die schwedische Industrie gegen den Euro war, die schwedische Bevölkerung sowieso. Und ich habe auch nicht so argumentiert wie in Deutschland, sondern ich habe andersherum argumentiert. Ich habe gesagt, liebe schwedische Industrie, wenn der Euro kommt, auch wenn ihr ihn nicht mögt, müsst ihr natürlich dabei sein, denn eure kleine Schwedenkrone würde dann niedergewalzt durch die großen Währungen. Ihr wäret dann weg vom Fenster gewesen. Nun, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass im Maastricht-Vertrag eindeutig festgelegt ist, dass ein Land, was die Konvergenzkriterien erreicht, in den Euro eintreten muss. Es gibt nur zwei Länder in der EU, die das nicht müssen. Das ist Dänemark und Großbritannien. Die haben einen in der Verfassung festgelegten Vorbehalt. Und im Gegensatz zu Griechenland, was durch Verletzung des Vertrages hineinkam, erleben wir heute seit Jahren schon, dass Schweden unter Verletzung des Vertrages nicht hinein will. Also Sie haben auch hier zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. Meine Damen und Herren, mit diesem Beispiel möchte ich Ihnen sagen, dass es nicht so einfach ist, über den Euro oder über Europa zu urteilen. Aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich mal für den Euro war und dass ich heute dagegen bin. Und ich möchte Ihnen auch sagen, dass wir uns buchstäblich mit dem Euro in einer griechischen Tragödie befinden. Also wenn Ihnen hier jemand erzählt, ob das in der AfD ist oder irgendwo anders oder irgendeiner der Professoren, wir hätten eine nette, elegante Lösung aus dieser griechischen Tragödie, dann spinnt er. Also Sie wissen ja von Ihrem Geschichtsunterrecht, wie griechische Tragödien zu enden fliegen. Tragisch. Und nur bin ich der Meinung, dass wir uns überlegen müssen oder herausfinden müssen, den am wenigsten tragischen Ausgang dieser Geschichte zu finden. Und das genau ist ja das Anliegen der AfD. Also es gibt keinen leichten Ausweg und den verspricht auch diese Partei nicht. Den dürfen wir auch nicht versprechen, weil es ihn nicht gibt. Aber mit Sicherheit ist jede Alternative besser als ein Weiter-so. Und was sind die Alternativen? Was sind die Alternativen? Ich will Ihnen die gleich vorstellen. Wir könnten alle zurück zu unserer nationalen Währung. Das geht. Lassen Sie sich nicht von irgendjemand erzählen, das ginge nicht. Es hat noch nie irgendwo einen Währungsverbund gegeben, der nicht wieder aufgelöst wurde. Alle sind aufgelöst worden. Einige haben ein paar Wochen gehalten, einige ein paar Monate, einige Jahrzehnte. Das geht. Man kann, das ist die zweite Alternative, sagen, dass die Defizitsünder austreten. Das ist so der klassische Vorschlag Griechenland raus. Lassen Sie mich sagen, dass beim ersten Vorschlag alle zurück zur nationalen Währung auch Gefahren entstehen. Die Gefahr wäre, dass alle Länder nicht nur zu ihren eigenen Währungen zurückgehen, sondern dass die Renationalisierung Europas auch andere Dinge beschädigt, zum Beispiel den Binnenmarkt. Wenn man sagt, wir profitieren vom Euro, stimmt das nicht. Wenn man sagt, wir profitieren vom Binnenmarkt, dann stimmt das. Also lassen Sie sich in Ihren Diskussionen nicht irre machen, wenn einer sagt, ja, 60% der deutschen Exporte gehen nach Europa, also brauchen wir den Euro. Diese Aussage ist völlig irrelevant. Es stimmt, dass 60% unserer Exporte nach Europa gehen, aber nur noch 36% in die Eurozone. Man muss die Aussage also umdrehen. Man muss sagen, 64% unserer Exporte gehen nicht mehr in die Eurozone. Und das ist das Entscheidende für Deutschland, dass wir uns das offen halten. Also wir dürfen den Binnenmarkt natürlich nicht gefährden, denn es stimmt, 60% unserer Exporte gehen in den Binnenmarkt. Aber es stimmt auch, dass wir genauso leicht nach Polen oder nach Tschechien oder Großbritannien, in Schweden, Dänemark exportieren können wie nach Frankreich. Der einzige Unterschied ist, dass wir das Geld umtauschen müssen. Das ist aber ein relativ kleiner Vorteil. Also erstens, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht renationalisieren. Und deshalb finde ich, die Aussage, lasst uns alle zurückgehen zu den nationalen Währungen, die ist nicht unproblematisch, denn es gäbe dann durchaus die Gefahr, dass viele oder einige Länder sagen, dann lassen wir die deutschen Waren nicht mehr rein. Dann stellen wir auch den Binnenmarkt in Frage. Zweitens, wir können Griechenland rausschmeißen oder wir können Griechenland nahelegen zu gehen. Auch das geht. Auch das ist mit dem Risiko verbunden. Auch das muss man Ihnen sagen. Sie werden sich erinnern, als die Geschichte passierte in Zypern, dass dort mehrere Tage die Banken geschlossen werden mussten. Das hätte es einen Bankrun gegeben, einen Bankensturm. Jetzt können Sie sagen, wenn es einen Bankensturm in Athen gibt, ist mir das auch egal. Meine Damen und Herren, wir können nicht ausschließen, dass es am nächsten Tag einen in Lissabon gibt und dann einen in Madrid und dann einen in Rom und dann einen in Paris. Dann haben wir auch eine ziemliche Katastrophe. Was ich damit sagen will, es geht, aber es ist nicht ohne Risiko. Und es gibt die dritte Alternative, für die ich mich persönlich einsetze, aber das muss nicht unbedingt eine sein, für die sich die AfD einsetzt, solange sie bereit ist, über alle Alternativen zu reden. Das ist, wir drehen das um. Wir lassen den Euro den, die ihn haben wollen. Und wir gehen. Zusammen mit den drei anderen Ländern, die an Maastricht festhalten wollen. Das wäre Österreich, Holland und Finnland. Arbeitstitel Nordau. Es ist auch eine ganz andere Geschichte, von einem Land zu erwarten, zu sagen, haut ab, als zu sagen, wir gehen. Das ist doch auch moralisch etwas anders. Also hier haben Sie... Vor allen Dingen können Sie das kontrollieren. Sie sind von niemandem abhängig. Also hier haben Sie drei Alternativen. Nationale Währung, die Defizitsünder raus oder die Überschussländer raus. Übrigens, der Vorteil bei der letzten Alternative ist erstens, dass Sie diesen Bankensturm nicht haben. Die Griechen, die Franzosen, die Italiener, die Portugiesen und so weiter, die Spanier behalten den Euro. Zweitens wird der Euro abgewertet. Meine Damen und Herren, das ist genau das, was diese Länder brauchen. Denn mir macht das großen Kummer, dass wir 56% der Jugendlichen in Griechenland ohne Arbeit haben. Es macht mir großen Kummer, dass wir über 50% der Jugendlichen in Spanien ohne Arbeit haben. Oder 28% der Jugendlichen inzwischen in Frankreich. Dass die Arbeitslosenrate in der Eurozone heute ein historisches Hoch erreicht hat. 19,4 Millionen Menschen sind arbeitslos in der Eurozone. Meine Damen und Herren, so viel wie noch nie zuvor. Warum läuft im Süden nichts? Ich will ja nicht abstreiten, dass man sich dort bemüht zu reformieren. Aber wir sehen doch inzwischen deutlich, dass der Euro für den Süden viel zu schwer geworden ist. Und wir sehen in Deutschland, dass er zu leicht geworden ist. Wie kann man das beweisen? Ja, gehen Sie mal nach Paris. Dort fährt man Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes. Und die anderen Autos, die Sie selbst bauen, die sind auch sehr gut. Die sind viel zu teuer für die Franzosen. Die können Sie nicht mehr verkaufen. Und wenn die so weitermachen, wird demnächst der Staat bei Citroën eingreifen und den Laden halb übernehmen. So wie die Amerikaner das mit General Motors gemacht haben. Ich war vor kurzem im Griechenland auf Rodos. Drei Latte Macchiato. Neun Euro. In einem kleinen Dorf. Ja, das kostet dann anderthalb Euro in der Türkei. Der Euro ist natürlich viel zu schwer für die Griechen. Meine Damen und Herren, nun sagen die Euro-Retter, ja, wir haben jetzt Griechenland entschuldet und jetzt kommen die langsam hoch. Das funktioniert nicht. Es hat über 100 solcher Staatsumschuldungen gegeben. Die letzten Bekannten sind die in Argentinien und Russland. Es hat noch nie eine gegeben ohne Abwertung. Aber in einer Einheitswährung können Sie nicht abwerten. Das heißt, der Süden braucht einen abgewerteten Euro, meine Damen und Herren, um wieder nach oben zu kommen. Er schafft es nicht. Auch wenn Herr Schäuble bei jeder Gelegenheit versucht, uns einzureden, dass es da bergauf geht, es stimmt nicht. Die Staatsverschuldung Griechenlands hat heute schon wieder genau das Niveau zu Beginn der Krise. Wir haben Griechenland schon zweimal geholfen. Wir werden Griechenland wieder retten müssen und im darauffolgenden Jahr wieder. Das kann man sagen, das können wir uns leisten. Das ist ein kleines Land. Meine Damen und Herren, irgendwann wird das natürlich auch auf die Anländer überspringen. Nein, wir müssen den Ländern dadurch helfen, dass der Euro wieder abgewertet wird. Ich habe zwölf Jahre meines Lebens in Frankreich gelebt. Ich weiß, wie das funktioniert hat. Entweder haben die Franzosen sich reformiert, dann blieben sie wettbewerbsfähig. Oder sie haben abgewertet und konnten wettbewerbsfähig bleiben. Oder sie machten eine Kombination von beiden. Und so ging das im Süden. Das ist deren Modell gewesen, abwerten zu können, um weiterhin wachsen zu können. Das ist denen durch den Euro genommen worden. Der Euro ist zu stark für den Süden. So, jetzt komme ich ja zu uns. Den österreichischen Entfinden und den Holländern. Für uns ist das zu schwach. Sie sehen das an den Zinsen. Ich meine, das mögen die zwar nicht hören, aber letzten Endes werden die Sparer durch den Euro zurzeit in Deutschland enteignet. Wir kriegen 0,25 Prozent für unser Geld von der Sparkasse. Die Inflation ist irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent. Das heißt, zum ersten Mal nach einem Krieg verlieren die Sparer regelmäßig jedes Jahr Geld. Wir sind stolz auf die niedrige Inflation, aber vergleichen Sie das mit den Zinsen. In der gleichen Woche, wo Präsident Hollande die EZB beschimpfte, weil die Zinsen zu hoch seien, in der gleichen Woche hat Frau Merkel vor dem Sparkassen- und Reifeisentag oder Volksbankentag gesagt, die Zinsen sind für die Deutschen zu niedrig. Meine Damen und Herren, beide haben recht. Sie sind zu hoch für die Franzosen und sie sind zu niedrig für die Deutschen. In dieser Einheitswährung werden wir nie zu einer Situation kommen, wo ein Zinsniveau den jeweiligen ökonomischen Bedürfnissen Rechnung tragen kann. Also, meine Damen und Herren, der Charme des Nordeuros ist die Abwertung. So, jetzt werden Sie hören in den Talkshows, ja, also, wenn wir das machen, dann wird der Nordeuro oder die D-Mark aufgewertet und die deutschen Exporte sind dann weg und wir haben eine riesen Arbeitslosigkeit. Meine Damen und Herren, das ist ein klassischer Fall von Angstmacherei. Man wirft ja den führenden Persönlichkeiten der AfD vor, dauernd Angst zu machen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Man macht diejenigen Angst, die immer wieder versuchen, die Alternativen so darzustellen, als wären sie ganz schrecklich. Also, für mich ist völlig klar, 45 Prozent aller Exporte, die Deutschland exportiert, haben wir vorher importiert. Die werden erst mal billiger. Das war damals auch nicht so. Ich war ja viele Jahre lang im Aufsichtsrat von Audi und ich erinnere mich noch gut an, die Entscheidung, die wir damals getroffen haben, vor über 20 Jahren, in Ungarn eine Motorenfabrik zu installieren. Wussten Sie, dass 85 Prozent aller Audi-Motoren aus Ungarn kommen? Wussten Sie wahrscheinlich nicht. Sagt Audi auch nicht. Die bauen gute Autos, aber man will das natürlich auch nicht so unbedingt an die große Glocke hängen. Aber diese Motoren werden natürlich erst mal billiger, wenn ein Audi exportiert wird nach China oder in die Vereinigten Staaten für 100.000 Euro, sagen wir mal, oder 50.000, dann zieht niemand aus dieser Statistik diese 5.000 oder 7.000 Euro ab, die der Motor kostet. Was ich damit sagen will, ist, der Aufwertungseffekt wäre zumindest zur Hälfte schon mal abgefedert durch die Tatsache, dass immer mehr von dem, was wir exportieren, vorher importieren. Das wird alles billiger. Die Energie wird natürlich billiger. Die Kaufkraft der deutschen Sparer und Rentner und der Arbeitnehmer wird natürlich höher. Also, natürlich gibt es immer noch einen Aufwertungseffekt. Aber das kann man dann so machen, wie es die Schweizer Nationalbank bei dem Franken gemacht hat. Das heißt, die Zentralbank für den Nordeuro könnte sagen, wir lassen es bei 1 zu 1,20. Unser Euro ist 1 Euro wert und dafür kaufen wir uns 1,20 Euro. Das heißt, man kann es kontrollieren. Also, Sie können sich vorstellen, warum meine Kollegen in der Industrie ganz entsetzt sind über meinen Vorschlag. Denn die derzeitige Europolitik ist ein gigantisches Subventionsprogramm für die deutsche Industrie. Ich halte es auch für unmoralisch, wenn die deutsche Industrie vor dem Hintergrund eines abgewerteten Euros schön exportiert und wir, die Steuerzahler und die Rentner und deren Kinder die finanziellen Folgen eines zu starken Euro im Süden tragen müssen. Das ist doch grotesk. Brauchen wir es doch nicht gefallen zu lassen. Also, ich wollte auch über Europa reden. Lassen Sie mich klarstellen, dass dieses System, was wir haben, dazu führt, dass Europa ökonomisch und politisch noch größeren Schaden anrichtet. Also, der Euro in Europa anrichtet. Wir müssen Europa vor dem Euro retten, meine Damen und Herren. So ist es. Lassen Sie mich das an drei Beispielen mal klar machen, was hier eigentlich passiert. Im Lissabon-Vertrag steht eindeutig das Prinzip der Subsidiarität. Ein schreckliches Fremdwort. Mir ist auch bisher nichts Besseres in Deutsch eingefahren. Lassen Sie mich kurz erklären. Das bedeutet, dass man also die Verantwortung für die Lösung eines Problems möglichst tief beim Bürger ansiedelt. Das ist das Prinzip der Subsidiarität. Eigentlich ist das ganz logisch. Einer der Gründe, warum die kleinen und mittleren Firmen in Deutschland erfolgreicher sind als die großen, ist genau dieser Grund. Und wenn Sie ein großes Unternehmen führen, ich musste ja mal, ich habe es ja mal gemacht, dann wird es nur dann erfolgreich sein, wenn Sie es so führen, dass seien es viele kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, Sie müssen delegieren nach unten. Um Gottes Willen nicht zentralisieren. Zentralismus ist der Tod eines jeden Unternehmens, was wettbewerbsfähig bleiben will. Was jetzt passiert, ist, dass als Nebenprodukt von Euro-Rettungspaketen die Europäer anfangen zu zentralisieren. Und sie müssen es. Also das Prinzip der Subsidiarität, was im Lissabon-Vertrag x-mal vorkommt, der Begriff Subsidiarity oder Subsidiarität, kommt da dauernd vor, muss ausgehebelt werden, um den Euro zu retten. Müssen wir jetzt zentralisieren. Wir brauchen eine europäische Wirtschaftsregierung, um den Euro zu retten. Da hat der Herr Schäuble völlig recht. Also ich will hier ganz klarstellen, wenn Sie den Euro retten wollen, müssen Sie zentralisieren. Also als Nebenprodukt von Euro-Rettungspaketen wird Europa jetzt zentralistisch zu führen sein. Zweitens. Für mich war die Idee des Wettbewerbs in Europa immer einer der Gründe, auch den Lissabon-Vertrag zu unterstützen. Sie alle wissen aus dem täglichen Leben, dass Wettbewerb dazugehört. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten jetzt die Bundesligaspiele von heute Nachmittag, und das seien alles Freundschaftsspiele. So, wir hätten keine Bundesliga-Tabelle mehr, keiner müsste aufsteigen, keiner müsste absteigen, dürfte aufsteigen, keiner müsste absteigen. Das wäre doch langweilig. Oder der letzte Marathonlauf hier in Berlin, wo der Weltrekord gebrochen wurde. Stellen Sie sich vor, die Leute aus Kenia und Äthiopien hätten jetzt sich in die Hand versprochen, alle zur gleichen Zeit im Ziel anzukommen. Das wäre ein netter Spaziergang geworden. Wir brauchen Wettbewerb. Nur um den Europa zu retten, muss jetzt der Wettbewerb zwischen europäischen Ländern beziehungsweise den Ländern in der Eurozone ausgehebelt werden. Man nennt das jetzt Harmonisierung. Das ist genau das Gegenteil von Wettbewerben. Was passiert jetzt? Die französische Regierung versucht, zu harmonisieren. Der französische Minister für Arbeitsminister hat vor Kurzem vorgeschlagen, die deutsche und französische Arbeitslosenversicherung zusammenzulegen. Ja, Sie lachen. Der Herr Andor, der Kommissar in Brüssel, hat nicht gelacht. Der hat sofort ein Papier veröffentlicht und hat einen Vorschlag gemacht, wie in der Eurozone alle arbeitslosen Versicherungen zusammengelegt werden können. Meine Damen und Herren, das ist eine logische Folge der Europolitik. Er hat recht. Wir müssen harmonisieren. Es gibt jetzt eine Arbeitsgruppe zwischen dem französischen und dem deutschen Finanzministerium, was die Harmonisierung der Steuern in Deutschland und Frankreich zum Ziel hat. Logische Folge. Meine Damen und Herren, jeder Ökonom, ob die nun pro oder gegen den Euro sind, weiß eins. Der Unterschied zwischen der Produktivität im Süden und der Produktivität im Norden muss einigermaßen angeglichen werden, um den Euro zu retten. Das ist richtig. Und man versucht es dadurch, jetzt gibt es diesen berühmten Fiskalpakt, das ist der Nachfolger von Maastricht. Man versucht es dadurch, indem man jetzt im Süden reformiert, den Arbeitsmarkt und so weiter. Das gelingt aber nur zum Teil oder zum Teil auch gar nicht. Also die Griechen strengen sich an und die Spanier strengen sich noch mehr an und die Portugiesen, die Italiener zurzeit auch nicht mehr. Aber man versucht, die Produktivität im Süden so anzuheben, dass die Spannungen innerhalb der Eurozone aufgelöst werden können. Da das nicht gelingt oder nur teilweise gelingt, passiert jetzt was? Jetzt muss die Produktivität des Nordens herunter. Das ist eine logische Folge der Europolitik. Und wenn Sie sich mal fragen, wieso plötzlich die Amerikaner, die Franzosen, ja die Europäische Union sich über den Handelsbilanzüberschuss Deutschlands beschwert, ist der Schlüssel natürlich der Euro. Um den Euro zu retten, müssen wir jetzt mit unseren Vorteilen abbauen. Nicht alle, man muss nicht alles gleich sein. Aber die großen Unterschiede zwischen Griechenland und Deutschland müssen weg, um den Euro zu retten. Und da der Süden es nicht schafft, muss der Norden ihm entsprechend entgegenkommen. Und genau das passiert, meine Damen und Herren. Also, um es noch mal ganz klar auch in Richtung FDP zu sagen, die vorgibt, eine liberale Partei zu sein. Sie hat in der Euro- und Europapolitik alle liberalen Prinzipien vergessen, um den Euro zu retten. Und ich wiederhole noch mal. Es ist ein urliberales Prinzip für Subsidiarität und gegen Zentralismus zu sein. Aber Herr Westerwelle und Co. waren in den letzten Jahren für Zentralismus in Europa. Es ist ein urliberales Prinzip für Wettbewerb zu sein. Aber in Europa sind Sie jetzt für Harmonisierung, für Ausschaltung des Wettbewerbs. Es ist ein urliberales Prinzip für Selbstverantwortung zu sein. Das predigen doch, dauern in Deutschland die FDP. Aber in der Europolitik sind Sie jetzt dafür, dass die Schulden über den ESM, den europäischen Stabilitätsmechanismus, und über die Bankenunion vergemeinschaftet werden. Und lassen Sie sich auch nicht ins Boxhorn jagen durch diese Sprüche, wir haben jetzt den Euro-Bond verhindert, den brauchen wir schon längst nicht mehr. Wir haben ihn schon praktisch durch den ESM. Das ist alles Quatsch. Also, was ich klar machen möchte, ist, dass die Europolitik ökonomisch zu einer Zentralisierung Sozialisierung und Sozialisierung in der Eurozone führen muss. Und deshalb macht er ökonomisch keinen Sinn. Lassen Sie mich jetzt zur politischen Seite dieser Medaille kommen. Also, das hat Herr Lucke und haben viele des Vorstandes auch in Berlin sicherlich schon öfter erzählt. Wir merken ja inzwischen, das war ja das berühmte Friedensprojekt. Und ich erinnere mich noch gut an all diese Geschichten von Kohl und Genscher, die gesagt haben, wir brauchen den Euro, um Frieden zu haben. Meine Damen und Herren, es stimmt, wir haben 65 Jahre Frieden in Europa. Aber liegt das am Euro? Sind wir mit Großbritannien im Krieg? Sind wir mit Polen im Krieg? Die haben wir ja auch überfallen. Natürlich nicht. Nein, meine Damen und Herren, wir verdanken den Frieden in Europa nicht dem Euro, sondern den Demokratien in Europa. Es hat noch nie eine Demokratie in Europa gegeben, die eine andere angegriffen hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns für den Erhalt der Demokratien einsetzen, wenn wir den Frieden in Europa schützen wollen. Aber wie wir jetzt wissen, unterminiert ja der Euro auch noch die Demokratie. Denn viele der Dinge, die da entschieden wurden, sind nicht nur rechtswidrig, eklatante Vertragsbrüche, sondern sie sind auch undemokratisch. Also lassen Sie mich ganz klarstellen, der Euro gefährdet die Demokratie in Europa. Er gefährdet den Frieden in Europa. Und eins haben wir da aus der Geschichte gelernt. Wenn man unterschiedliche kulturelle Blöcke unter der Überschrift irgendeiner Ideologie zusammenzwingt, Sie erinnern sich an die Sowjetunion oder an Jugoslawien oder sogar an die Tschechoslowakei. In dem Augenblick, wo die Ideologie weg ist, gibt es Zentrifugalkräfte, die alles auseinander sprengen. Ich halte es für extrem gefährlich, unter der Überschrift des Euro jetzt hier 17, demnächst 18 Länder zusammenzuzwingen, was Gemeinsames zu machen, ihre Unterschiede aufzugeben, nur um diese Währung zu retten. Das führt zu Zentrifugalkräften, die gefährlich sind. Also wir haben 23 Sprachen in der EU. Wir sind eben nicht Nordamerika, wo jeder Englisch versteht. Wir haben 23 Sprachen in der EU und das soll funktionieren, wo nicht einmal Belgien mit zweieinhalb Sprachen funktioniert. Das ist ein unsinniges, irrsinniges Konzept, meine Damen und Herren. Wir müssen in der ganzen Argumentation klar machen, dass wir natürlich für Europa sind. Natürlich sind wir für die EU. Aber wir wehren uns dagegen, nur weil die Politik nicht in der Lage ist, einen Fehler zuzugeben, so wie ich zum Beispiel, dieses Europa kaputt zu machen. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir klarstellen, wir müssen Europa vor dem Euro schützen. Meine Damen und Herren, das Friedensprojekt. Also, wir sehen ja deutlich, dass noch nie, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich war in den letzten 60 Jahren nie so schlecht wie heute. Und das liegt nur am Euro. Denn jede Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich hängt mit dem Euro zusammen. Und wenn Sie mich fragen, warum, übrigens, die Europäische Kommission untersucht ja immer die Zustimmung zu anderen Ländern, zur EU und zum Euro regelmäßig, und es lässt sich nicht vermeiden, dass diese Ergebnisse dann auch veröffentlicht werden müssen. Das tut Ihnen inzwischen leid, dass Sie sich dazu verpflichtet haben, aber es ist ja für uns einsehbar. Vor der Euro-Krise war Deutschland das beliebteste Land in Griechenland. Wussten Sie das? Als Frau Merkel das letzte Mal da war, musste sie von 7.000 Polizisten dort beschützt werden. Meine Damen und Herren, es ist eine logische Folge der Europolitik, dass Frau Merkel als Vertreterin des potenziell größten Gläubigers dauernd den Vertretern der potenziellen Schuldner hineinredet. Natürlich muss sie sagen, ihr müsst euren Arbeitsmarkt liberalisieren. Natürlich muss sie den Griechen sagen, ihr müsst privatisieren. Natürlich muss sie den Belgiern sagen, dass sie die Kopplung zwischen Löhnen und Inflation aufgeben muss und so weiter. Nur das ist natürlich nicht gerade förderlich für den Zusammenhalt in Europa. Was für eine groteske Politik, die den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dazu auffordert, ja zwingt, ihre Nase dauernd in die Angelegenheiten anderer Länder reinstecken zu müssen. Das ist doch klatschend. Das Verrückte ist, wenn sie das tut, kriegt sie Kritik in den Südländern. Zu Recht. Und wenn unsere Zeitungen über die Kritik aus den Südländern berichten, dann denken wir, oh, die vertritt unsere Interessen. Und deshalb ist es für sie von allergrößtem Interesse, dass sie im Süden kritisiert wird. Weil wir immer der Meinung sind, sie vertritt unsere Interessen. Meine Damen und Herren, das tut sie schon lange nicht mehr. Wir wissen, in jedem... Jede rote Linie, die Frau Merkel und Herr Schäuble in den Sand gezogen haben beim Euro, aber auch jede seit Mai 2010, haben sie auf französischen Druck überschritten. Nein, meine Damen und Herren, wer Herr Kauder sich da vor den Bundestag stellt und sagt, ja, jetzt redet... Europa redet jetzt Deutsch. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass im Zusammenhang mit dem Fiskalpakt die Schuldenbremse überall verbindlich eingeführt werden sollte. Der damalige französische Präsident Sarkozy hat das unterschrieben, Schuldenbremse in Frankreich. Ich wusste damals schon, das geht gar nicht. Denn auch in Frankreich brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit in der Assemblée Nationale. Und die Sozialisten hätten das nie mitgemacht. Er hat es unterschrieben, weil er wusste, das kann ich sowieso nicht machen. Und Frau Merkel hat das hier als Beweis des deutschen Einflusses auf die französische Politik dargestellt. Tja, wer hat die Schuldenbremse? Wir. Die Franzosen haben sie immer noch nicht in der Verfassung. Und die werden sie nie in der Verfassung haben. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie sich fragen, warum der Süden sich anstrengt, und das tut er ja, mit allerdings sehr, sehr wenig Erfolg, aber die Franzosen nichts tun, dann ist die Antwort ganz einfach, die müssen gar nichts tun. Monsieur Hollande weiß ganz genau, der Süden kommt ihm in der Produktivität etwas entgegen und der Norden auch. Und deshalb braucht er nichts zu machen. Also, das Allererste, was er gemacht hat, ist für 190.000 Beschäftigte, Staatsbedienstete erst einmal das Renteneintrittsalter von 62 auf 60 zu senken, während wir zu der Zeit noch nach 67 ging. Ist Ihnen aufgefallen, dass Monsieur Hollande und der spanische Präsident gleichzeitig die Koalitionsvereinbarung in Deutschland gelobt haben? Und zwar genau diese Aspekte, die die deutsche Industrie weniger wettbewerbsfähig machen. Die haben sie gelobt. Und natürlich, je mehr wir tun, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren, desto weniger brauchen die Franzosen zu tun. Also, ich sage Ihnen voraus, der Euro wird gerettet. Das habe ich immer gesagt. Ich gehörte nicht zu denen, nie zu denen, die gesagt haben, das explodiert, oder geht in die Hose, oder fährt in die Wand, oder was. Nein, die werden den Euro retten, meine Damen und Herren. Koste es, was es wolle. Offene Klammer. Koste es Deutschland, Österreich, Finnland und Holland, was es wolle. Geschlossene Klammer. So, und die Frage stellt sich dann, wie kommen wir da eigentlich raus, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass diese Politik zu einer dramatischen Reduzierung der Wettbewerbsfähigkeit aller Länder in der Eurozone führen muss. Und ich Ihnen vorhin noch einmal sagte, 64% unserer Exporte gehen da gar nicht hin. Wir verlieren unsere weltweite Wettbewerbsfähigkeit, Schritt für Schritt, um den Euro zu retten. Das ist auch nötig, um den Euro zu retten. So, ich habe mich nun schon seit Mai 2010, das war genau der Punkt, an dem ich gesagt habe, jetzt Schluss mit meiner Unterstützung für den Euro. Dabei habe ich übrigens gelernt, dass es in Deutschland viel schwerer ist, einen Fehler öffentlich zuzugeben, als ihn dauernd zu wiederholen. Aber das noch nebenbei. Also, seitdem bemühe ich mich in Deutschland um Unterstützung. Natürlich habe ich sie gefunden bei all den Ökonomen, die damals schon immer dagegen waren. Zum Beispiel Professor Stabatti, den ich damals als BDI-Präsident noch besucht hatte. Damals war ich dafür, für den Euro. Und dann haben wir das erklärt, warum er dagegen ist. Ich bin nachdenklich aus der Universität Tübingen weggegangen. Und dann kam die No-Bail-Out-Klausel, die übrigens niemand anders als Horst Köhler damals als Staatssekretär von Herrn Weigel verhandelt hat. Und da habe ich mir gesagt, naja, wenn wir die No-Bail-Out-Klausel haben, also die Klausel, die verbietet, dass anderen Ländern geholfen werden kann, dann kann uns ja nichts passieren. Also, was ich feststelle ist, die Leute, die damals schon dagegen waren, fühlen sich natürlich heute bestätigt. Und die Leute, die damals dafür waren, sind heute auch alle noch dafür. Außer Herrn Lucke und außer Herrn Henkel werden Sie mir keine Person nennen können in Deutschland, die man so kennt, die zugibt, mal dafür gewesen zu sein und heute dagegen ist. Keine. In diesem Land ist Opposition zum Euro identisch mit, ja, ich weiß nicht, Landesverrat oder was. Es ist ein Tabu. Ich bemühe mich deshalb intensiv, auch mit Erfolg, um Unterstützung im europäischen Ausland. Denn in diesem Land, dieses Land wird niemals den Euro infrage stellen. Kein Chefredakteur stellt ihn infrage. Die Politik tut es nicht. Wir haben nicht einen richtigen Euro gegen Herrn Bundestag und lassen sich auch von den FDP-Helden nicht ins Boxhorn jahren. Die sind gegen den ESM, nicht, stimmen dagegen, wie Herr Schäffler. Und dann fragen sie ihn, sind sie für den Euro? Ja. Also, das ist absurd. Die Leute sind für den Euro, weigern sich aber, ihn zu retten. Weil sie nicht den Mut haben, wie Herr Lucke, zu sagen, die Veranstaltung muss beendet werden. Man kann doch nicht gleichzeitig für den Euro sein und sich dann weigern, ihn zu retten. Und das, was der gute Herr Seehofer jetzt mit Herrn Gauweiler macht, ist natürlich ein enormer Trick. Übrigens, wenn man der Partei AfD-Populismus vorwirft, dann sollte man sich das mal angucken. Der wird jetzt zum Vizepräsidenten gemacht, weil er da immer schön gegengestimmt hat. Aber die sind alle für den Euro. Also, meine Damen und Herren, das deutsche Parlament ist das einzige in der ganzen EU ohne eine eurokritische Partei. Ich rede hier nicht von europakritisch. Die AfD ist keine Partei, die europakritisch ist. Warum sollte sie denn? Man kann doch nicht gegen einen Kontinent sein, in dem man Mitglied ist. Doch Quatsch. Es ist auch falsch, gegen die EU zu sein. Aber man kann klarstellen, was man für eine EU will. Eine EU der Subsidiarität, des Wettbewerbs und der Eigenverantwortung. Lassen Sie mich noch mal einen anderen kleinen Punkt machen. Das ärgert mich schwarz. Da gibt es einen FDP-Abgeordneten in Brüssel, der heißt Graf Lambsdorff. Ein Neffe von Otto Graf Lambsdorff. Und der ist jetzt der Spitzenkandidat für die Europawahl der FDP. Und was schreibt der Chefredakteur des Handelsblatts, Herr Steingart? Der schreibt, oh, das ist ja ganz toll. Dieser Name verpflichtet. Das ist eine super Entscheidung. Meine Damen und Herren, diesem Chefredakteur ist nicht mal klar, dass Otto Graf Lambsdorff zu den allerersten Euro-Kritikern gehörte. Der hat nie für den Euro gestimmt. Er hat, als es zur Abstimmung kam, eine leidenschaftliche Rede gehalten. Ich habe ihn bis zu seinem Tode im Konvent für Deutschland immer wieder getroffen. Wir haben uns immer über den Euro unterhalten. Ein erklärter Euro-Gegner wird heute über den Namen seines Neffens zur Ikone des Europawahlkampfs. Das ist Geschichtsklitterung, meine Damen und Herren. Nichts anderes. Wie kriegen wir die Sache jetzt einigermaßen geregelt? Meine Damen und Herren, hier komme ich noch einmal zur AfD und zum Europawahlkampf, um den es wirklich geht. Hier gibt es zum ersten Mal eine Chance. Also, es sieht ja so aus, dass wir damit rechnen können, dass circa ein Drittel, bis zu einem Drittel, der Abgeordnete im neuen Europaparlament, eurokritisch sind. Da sind allerdings auch eine Reihe von Leuten dabei, mit denen wir nicht unbedingt was zu tun haben wollen. Darum geht es aber nicht. In der Sache des Euro kann man davon ausgehen, dass es so ist. Und wenn Deutschland das einzige Parlament ist ohne eine eurokritische Partei, und wenn es stimmt, wenn Sie mir auch abnehmen, dass die deutsche Politik an dem nie was ändern wird, dann müssen wir irgendwie sehen, dass wir Unterstützung in den anderen europäischen Ländern bekommen. Und wenn Sie so Lucke und Co. im Parlament, im Europäischen Parlament haben, dann hat die AfD plötzlich einen Hebel in der Hand, den sie selbst im Deutschen Bundestag nicht gehabt hätte. Denn ich kann Ihnen eins sagen, wenn die AfD 25 Prozent bekommen hätte in der letzten Bundestagswahl, nehmen wir es mal an, hätte sich an der Europolitik nichts geändert. Diese anderen 75 Prozent hätten den Euro weiter gerettet. Das können wir aufgeben. Wir sollten nicht unser Bemühen aufgeben, im Bundestag vertreten zu sein. Ich will nur sagen, wir brauchen die Unterstützung von anderen eurokritischen Parteien in Europa. Und die kriegen Sie am allerbesten, wenn Sie im Europäischen Parlament vertreten sind. Und deshalb würde ich es sehr begrüßen, wenn Sie sich alle für die AfD bei der nächsten Europawahl einsetzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.